Hey, du bist hier nicht in der Wildnis, du Tier. Ich töte alle, die dachten. Ich will. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun, Orte aufzusuchen, Pflichten zu erfüllen. Es gibt nur eine Pflicht, Unterwerfung. Warum auflehnen? Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Schawonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk geeint im Glauben. Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Und so sollen wir es auch in Florenz sein. Das ist die Gelegenheit, ein neues Blatt aufzuschlagen. Unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen und zu einfacheren Zeiten zurückzukehren. Ich will nur helfen, euch in eine neue Zukunft führen. Akzeptiert unser Geschenk. Hört auf abzulehnen. Sonst habt ihr größere Probleme als eine geschlossene Brücke. Versteht, dass ich nicht drohen will. Ich will nur eure Augen für eine größere Wahrheit öffnen. Die Zeiten ändern sich. Nein, die Zeiten haben sich geändert. Und Widerstand wird zu nichts Gutem führen. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun. Orte aufzusuchen. Pflicht zu erfüllen. Es gibt nur eine Pflicht. Untermerkung. Warum auflehnen? Warum kämpfen? Er ist lieb! Ich habe ihn! Wir haben euch verlassen. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Savonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk geeint im Glauben. Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Und so sollen sie es auch in Florenz sein. Das ist die Gelegenheit, ein neues Blatt aufzuschlagen. Unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen und zu einfacheren Zeiten zurückzukehren. Ich will nur helfen. Euch in eine neue Zukunft führen. Akzeptiert unser Geschenk. Hört auf abzulehnen. Sonst habt ihr größere Probleme als eine geschlossene Brücke. Ich sitze... Versteht, dass ich nicht ruhen will. Ich will nur eure Augen für eine größere Wahrheit öffnen. Die Zeiten ändern sich. Nein! Die Zeiten haben sich geändert. Und Widerstand wird zu nichts Gutem führen. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun. Orte aufzusuchen. Pflichten zu erfüllen. Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung! Warum auflehnen? Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Savonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk geeint im Glauben. Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Und so sollen sie es auch in Florenz sein. Das ist die Gelegenheit, ein neues Blatt aufzuschlagen. Unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen. Und zu einfacheren Zeiten zurückzukehren. Ich will nur helfen. Euch in eine neue Zukunft führen. Ach... Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Sofort runter her, schnell! Sofort runter her, schnell! Was macht ihr hier? Warum die Kapuze? Was versteckt er? Was? Wie? Was? Wie? Was? 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 Ich bin gleich. Er ist hier! Schauen wir mal nach. Schnell! Da ist er! Lass zu! Ich seh' ihn! Da! Komm! Trete deinem Schöpfer entgegen! Dreckig! Fress high-end, wir versuchen euch zuёл. Dreckig! 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 Was? Bist du deinen Schöpfer? Wir bläst! Eben! Dreckig! Guck! Die Bräuser sind nicht genug. Hier sind keine Beuger von den Schöpferkanten. Verdammt! Ha! Dieses Mal entkommt er nicht! Da ist er! Laju! Wir fallen zurück! Schneller, Brüder! Ich habe ihn! Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Nein! Vor ihn setzen! Ich schicke dich ins Grab! Sie ziehen sich verdächtig aus. Ich schicke dich! Ich schicke dich! Ich schicke dich! Das war's für heute.